Hallo Leute, willkommen in meinem Ernest im Wunderland Kanal und heute gehen wir nach Cuxhaven. Und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was von Cuxhaven. Also in Cuxhaven leben 49.000 Einwohner und Cuxhaven ist eine Kur- und Touristengebiet. Und Cuxhaven ist auch eine Hafenstadt, so wie der Name auch schon sagt. Und was in Cuxhaven sehr berühmt ist, sind die Fischereimärkte, weil die meisten Leute arbeiten dort. Da sind viele Fischereimärkte und Cuxhaven wird irgendwann gar nicht mehr existieren, wegen unserem Klima. Weil Cuxhaven liegt genau an der Nordsee, also genau am Meer. Und weil die Gläser halt schmelzen, steigt das Wasser hoch. Und so wird dann Cuxhaven unter Wasser sein. Irgendwann in 2050. So, Cuxhaven ist auch in Niedersachsen. Und ja, jetzt spazieren wir in Cuxhaven. Und jetzt spazieren wir in Cuxhaven. Und jetzt spazieren wir in Cuxhaven. Und jetzt spazieren wir in Cuxhaven. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020